Zerfuß, Leute! So, das mit dem Test. Was für Funken die? Was sind Galleras? Silbervulkane. Als Sortiment aus, jeweils zweimal fünf Vulkane. Was für Farbbasis? Rot und Grün. Ausruf von hellen Silberfunken. Aha. 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 Den habe ich schon mal gehabt. Die waren ganz gut. Okay. Die haben damals bestellt bei Actify, glaube ich. Mal schauen, ob mir die auch gefallen. Mal schauen, mal schauen. Jetzt wollte ich gar nicht schauen, was sehen Sie? F2 oder was? F2, glaube ich. Mal schauen. Einen Haufen Nebel machen die. Einen Haufen Nebel. 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 Aber sehr gut. Feierzeit, gas sporen. Das geht jetzt rein. Es geht umweltfreundlich. Ich bin jetzt auch so. Nee. Ich bin jetzt auch so. Mag ich nicht mehr. Brauchst du Feuer? Ja, ich hab doch noch. Aber jetzt bin ich Feuer. Das ist gut. Aber sie sind gut. Ja, das ist gut. Aber sie sind gut. Ja, das ist gut. Die Schrauben wird und sich ausbrechen. Jetzt lauchendes Schrauben verlasse ich. Das ist gut. Es wird auf ganze Zeit Maschine, der Artzug ist der Fall in der Schrauben. Das ist gut. Der 2. Schrauben in der Schrauben. Die Schrauben in der Schrauben mit der Schrauben bei der Schrauben wird. Andere zu dem der Schrauben. Die Schrauben in Schrauben verlasse ich den Schrauben hinter mir. Ja, da ist die Zulkaner auch nicht schlecht, oder? Nein. Ja, für die Größe. Ja, da ist die Größe. Ja, da ist die Größe. Hä? Was meinst du? Den hat es ja fast umgehauen. Nein, hab jetzt gar nicht gemerkt. Da haben wir leider auch den zerlegt gleich. Das ist ja nicht zerlegt. Nein. Boah, der macht gut an Nebel. Auf alle Fälle. Puh. Ich sag mal so. Die Dinger auch nicht schlecht. Schöne Reihe, oder? Ja. Schöne. Wie? Der glühlt ein bisschen nach. Nein. Naja. Aber das war es auch schon wieder gut mit dem Test. Also, bis zum nächsten Mal und zerfuss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.